Und in Brüssel begrüße ich jetzt meinen Kollegen Tobias Reckmann. Guten Abend. Guten Abend nach Bonn. Ja, wir haben gerade die deutsche Innenministerin gehört. Wie viel Unterstützung hat denn Deutschland noch mit seiner Forderung nach gerechter Verteilung der Flüchtlinge und nicht so sehr auf Abwehr durch Zäune zu setzen? Naja, also hinter diesem Stichwort der Verteilung steht ja ein ganz grundlegender und ein ganz großer Konflikt beim Thema Migration innerhalb Europas. Und zwar eben auf der einen Seite die Staaten aus Nord- und Mitteleuropa, Länder wie Belgien, Niederlande, Schweden, die eben darauf beharren, dass erstmal die bestehenden Migrationsregeln in Europa eingehalten werden. Also Stichwort Dublin-Abkommen heißt eben ganz konkret, dass die Migranten, die nach Europa kommen, in den Ländern aufgenommen und registriert werden, in denen sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Das sind in aller Regel eben die südeuropäischen Länder, Griechenland und Italien, die ganz offenkundig natürlich damit überfordert sind und ihrerseits wiederum eine bessere Verteilung in Europa fordern. Und da sagen dann eben viele Staaten aus Mittel- und Nordeuropa, was ich gerade sagte eben, dass man die bestehenden Regeln erstmal einhalten muss und dann kann man eben über eine Verteilung sprechen. Also erst die Außengrenzen richtig schützen und dann könne man über Verteilungen sprechen. Und das ist eben so ein tiefgreifender Konflikt. Und da sind die Fronten mittlerweile so verhärtet, dass ich nicht glaube, dass es da sehr bald zu einer Einigung kommen wird. Jetzt hat die Innenministerin ja gerade in ihrem Statement das schreckliche Bootsunglück Ende Februar vor der Küste Italiens angesprochen. Da sind 72 Flüchtende ums Leben gekommen. Hat das irgendwelche Konsequenzen oder geht die EU inzwischen da über zum Business as usual? Also ehrlicherweise habe ich heute nicht allzu viele Konsequenzen beobachten können. Mein Eindruck war, dass dieses Unglück bei den meisten europäischen Staaten nicht zu konkreten Reaktionen geführt hat. Also im Grunde war Deutschland da und Luxemburg so die einzigen Länder. In der Tat, Nancy Faeser hat sich, haben wir gerade gesehen, da heute vor die Kameras gestellt und hat eben sehr klar gesagt, dass es bei so einem Treffen wie heute eben nicht nur darum gehen dürfe, wie man die Grenzen um Europa hochziehen kann, sondern eben auch darum, Lösungen zu finden, um solche Unglücke zu verhindern. Und da ist dann eben aus Sicht der deutschen Bundesregierung das Mittel, Migrationsabkommen zu schließen, mit zum Beispiel den Ländern aus Nordafrika, von woher ja viele Menschen nach Europa kommen. Und diese Migrationsabkommen würden dann eben klare Regeln vorsehen. Einerseits für Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern, aber eben auch ganz klar Abschiebungen auf der einen Seite und dann aber eben auch legale Migration auf der anderen. Und das ist dann eben sozusagen die Argumentation von Nancy Faeser, zu sagen, wenn es mehr legale Migrationswege gibt, dann würden auch weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wenn man sich aber beispielsweise mal die Haltung von Italien anschaut, sieht man schon, das ist eine völlig andere, eine völlig diametrale Haltung. Italien ist dafür, dass man den Einsatz von privaten Rettungsschiffen im Mittelmeer einschränkt, um eben mehr Migranten von dieser Mittelmeerroute abzuschrecken. Also ich glaube, das ist schon ein Beispiel, das sehr plastisch illustriert, wie weit die Haltungen da innerhalb der 27 EU-Staaten auseinander liegen. Die Länder, die vor allem auf Abschreckung setzen, die setzen auch sehr stark auf Grenzbefestigungen, auf Zäune. Bisher hatte sich die EU geweigert, derartige Grenzbefestigungen zu finanzieren. Warum hat sich die Position jetzt geändert? Naja, die hat sich eigentlich gar nicht so sehr geändert, denn Zäune wird es Stand jetzt mit EU-Geld nach wie vor nicht geben. Worauf man sich verständigt hat, das war beim vergangenen EU-Gipfel Mitte Februar hier in Brüssel, dass man ein Pilotprojekt startet an der Außengrenze der Europäischen Union in Bulgarien und Rumänien und dort in der Tat die Grenzinfrastruktur aufrüstet. Also, dass man dort Wachtürme baut, dass man Kameras installiert, dass man Geld in die Hand nimmt für Personal, für Autos, die dort kontrollieren. Also, im Grunde alles außer Zäunen, das soll jetzt in diesem Pilotprojekt getestet werden. Wie genau dann die Ausgestaltung ist, wird dann sicherlich auch bei den nächsten Gipfeln und treffende Innenminister noch eine Rolle spielen. Aber Zäune sind eben nach wie vor nicht dabei. Informationen aus Brüssel von Tobias Reckmann. Herzlichen Dank. Vielen Dank.